I am the Jochen and this is the Sonnenuntergang für Montag, den 23. Mai 2022. Schönen guten Abend. Kerber ist eine Runde weiter bei den French Open. Pitkovic ist auch eine Runde weiter, Nadal ist weiter, Sviatek ist weiter. Kretschikova ist raus, Wawrinka ist raus und Konterweit ist raus. Das fällt mir so ein. Heute geht es weiter um Dienstag. Dienstag geht es weiter um 11, Eurosport. Viertel nach 11, Giro, Italien nächste Etappe. 20 nach 11, Eishockey-WM, Deutschland gegen die Schweiz, um den Gruppensieg. Und am Abend 20, 30, Relegation, Rückspiel, Dresden gegen Kaiserslautern. Das ist so das Wichtigste, was mir gerade einfällt. Bundesliga-Relegation läuft noch, Hertha führt gerade beim HSV, da weiß ich nicht, wie es ausgeht. Ich wollte euch noch ein bisschen Sonne gönnen, bevor sie ganz weg ist. Ich glaube, ich mache gleich nochmal ein Video in Ruhe dann, oder morgen. Danke fürs Zuschauen. Noch ein bisschen Sonne kommen. Dieser Kanal geht neue Wege heute. Natur pur. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.